Das Talent und das Fahren ist das eine, aber wenn du kein Geld hast, kannst du nicht fahren. Du hast zwei Möglichkeiten. Take care, selecting your parents. Gut, aber die Geschichte war gegessen. Also wir müssen das Geld aufstellen über die Sponsoren. Und das ist natürlich so wie ein Job, so wie ein Beruf. Du musst das leben und nicht nur, dass du sagst, du stehst in der Früh auf und überlegst dir, wie du besser werden kannst. Und der letzte Gedanke am Abend, wie du besser werden kannst, sondern du musst dir auch ständig Gedanken machen, wo stellst du dir Geld auf? Also welche Firmen kommen in Frage? Und du musst dann halt wirklich lästig sein in Wirklichkeit und so oft hingehen, bis er sagt, wie viel brauchst du, damit du nicht mehr kommst. Und da musst du natürlich die Sponsoren betreuen. Du musst PR-Events machen für die Sponsoren. Du musst Kunden von den Sponsoren einladen, dass sie im Rallyeauto mitfahren und so weiter. Und natürlich das in Kombination mit einer Pressearbeit. Du musst ihnen einfach sagen, dass das investierte Geld in irgendeiner Form ihnen hilft.